Und wir machen erst was ganz anderes. Wir machen nämlich einen schönen alten Jaguar platt. Ja, und zwar auf dem Wege der Kunst. Pierre Alem Münger heißt ein Künstler, den wir hier in der Motorschau schon vorgestellt haben. Stammzuschauer dürften ihn kennen. Der macht Crash-Kunst. Und diesmal sieht die bei ihm so aus. Ein gewaltiger Einschlag. Mit über 100 Kilometer pro Stunde knallt der Jaguar in eine Mauer. Zum Glück handelt es sich hier um Kunst. Pierre Alem Müngers Werke drehen sich immer um Crashs. So auch sein neuestes Werk. Das Ergebnis ist sehr gut gekommen. Und wir hatten jetzt Geschwindigkeit auf knapp 110 kmh. Und das hat natürlich schon einen heftigeren Abdruck gegeben als mit 85. Und so sieht das neueste Kunstobjekt aus. Schön war es, dass die Kühlerfigur gerade das Loch durch das Feiss durchdrückt hat. Und das habe ich nicht erwartet. Aber ich denke, es ist eigentlich genau so rausgekommen, wie man geplant hat. Der Künstler baut Metallteile in den Motorraum. Auch diese werden nach dem Crash ausgebaut. Die Vorbereitungen für jeden Crash gehen über mehrere Wochen. Pierre Alem Münger steht nun kurz vor seinem endgültigen Durchbruch. Seine Kunst ist einmalig und lockt neben französischen Fernsehstationen auch Galeristen aus der Schweiz an. Also im Moment ist noch etwas zu sehen, wie die Strassburg in einer Galerie. Und Anfang nächstes Jahr wird die Zürich in einer Galerie auch noch ausstellen können. Kunst von Pierre Alem Münger wird es nächstes Jahr noch mehr geben. Infos zu Ausstellungen und Kunstobjekten von Pierre Alem Münger finden Sie bei uns unter motorshow.ch Nachdem Herr Alem Münger